Es ist alkoholfrei. Ist überhaupt nicht wahr. Das größte ist alkoholfrei. Das ist sicher nicht alkoholfrei. Das größte ist alkoholfreies Bier. Kennst du das nicht? Nein, das kenne ich gar nicht. Ein Bier. Der Walter hat schon das zweite Bier. Das zweite Bier und schon auch so ein Sekt drunken. Aber jetzt wird es immer ruhiger. Der Tag ist schon lang. Ja, das glaube ich nicht. Das verstehe ich voll. Die Mutter, schau, wie es fröhlich ist. Wie sie sich freut. Was hat es da? Man sieht es schon fast aus. Ich glaube, sie ist fröhlich, weil du lässt es jetzt dann wieder mal in Ruhe. Ich bin aber froh, als ob ich sie weg ist, Sabine. War es recht lästig, zwei Wochen lang. Fast eine Woche Urlaub und Erholung. Nein, noch nicht. Wieso? Du fährst dich morgen schon? Nein. Im Unterdagsgeschenk. Das war aber jetzt der Betrug von dir. Am zweiten, muss der Theo fortmuhlen. Weiter vor zwei Wochen. Da vorne. Ja, aber ich bin nicht kurz kurz zu der ersten Woche. Was ist das denn da? Und dann. Na, ganz genau. Na, ganz genau. Na, ganz genau. Ja. Na, ganz genau. Na, ganz genau. Spannend. Man geht mich die gar nicht mit vor.